Ja, natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht besser schlafe als letztes Jahr. Ich sehe die Bayern schon deutlich besser als in der Hinrunde auch. Ich finde das gerade auf den Flügeln mit Coman, Sané und Gnabry, um nur die drei zu nennen. Musiala vielleicht auch teilweise noch, Choupo-Moutin, wenn er spielt. Da schon noch mal eine deutlich bessere Form ist als in der Hinrunde. Das heißt, Robert Lewandowski ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber der Rest drumherum kann auch eigentlich jeder auf den Platz Tore schießen. Dementsprechend wird es nur gemeinsam gehen. Aber wichtig ist die Haltung morgen. Wir freuen uns drauf. Die Haltung muss auch sein, dass wir wissen, dass es schwer wird. Weil so zu tun, als ob man das locker hinkriegt, das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil das ist nicht so. Aber halt auch diesen absoluten Glauben, und den haben wir, dass wir morgen ein Bundesligaspiel haben, in dem wir punkten wollen, ist der entscheidende Schlüssel das, was du mit dem Ball machst. Weil wenn du da eine gewisse Entlastung schaffen kannst, wenn du da mutig sein kannst, dann kannst du es auch schaffen, standzuhalten. Wenn du nur verteidigst und keinerlei Entlastung hast, dann erdrücken sie dich irgendwann. Und das hat sich eigentlich über die Jahre nicht verändert, und wir haben da verschiedenste Ansätze gewählt jetzt auch schon. Wir haben auch Spiele gehabt, wo wir sehr hoch angelaufen sind, wir haben Spiele gehabt, wo wir tief verteidigt haben. Und alle Spiele hat aber geeint, und auch das soll morgen so sein, dass wir einen sehr mutigen Ansatz mit Ball hatten. Ja, es ist ein Riesenansporn, auf jeden Fall. Wir wollen unbedingt gewinnen, aber ich will eigentlich jedes Spiel gewinnen. Und von daher interessiert mich das, ehrlich gesagt, hässlich wenig, seit wie vielen Spielen wir nicht gewonnen haben. Dieses Jahr sind wir noch ungeschlagen gegen die Bayern. Ja, natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht besser schlafe als letztes Jahr. Das ist ja vollkommen klar. Aber trotzdem ist es so, es ist vielleicht kein existenzielles Spiel morgen, aber wir müssen es spielen wie ein existenzielles Spiel, sonst haben wir null Chance. Wenn man gegen Bayern denkt, man kann vielleicht ein bisschen locker ins Spiel gehen oder mal schauen, was kommt, dann gute Nacht. Und das habe ich den Jungs heute auch schon gesagt. Wir müssen es spielen wie ein existenzielles Spiel. Dann sehe ich eine Chance für uns. Wenn nicht, keine Chance. Mit Sicherheit einer der größten Spieler Deutschlands der letzten zehn Jahre, wenn nicht sogar aller Zeiten. Das muss man so sagen. Und von daher freut man sich auf der einen Seite, wenn man gegen ihn spielt. Auf der anderen Seite ist es blöd, dass er das Trikot der anderen Mannschaft anhat. Also den hätte man gerne in der eigenen Mannschaft. Ich glaube, es bringt keinem etwas, wenn man von irgendwelchen vergangenen Zeiten spricht, weil das einfach auch sehr, sehr schwer vergleichbar ist. Ich glaube, dass wir damals, wie bereits angesprochen, eine Mannschaft hatten, die ein gewisses Niveau hatten. Wir waren dort eher ein Konkurrent der Bayern. In Summe muss man einfach sagen, wir haben gegen die Mannschaften, die unter uns sind, sehr stabil gepunktet und gegen die Mannschaften, die über uns sind, nicht viel gepunktet. Also wir haben gegen Bayern einen Punkt geholt, gegen Leverkusen einen Punkt geholt, gegen Frankfurt vier Punkte geholt. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wir haben eine überragende Bilanz gegen die Top-Teams. Also wir wollen dann die nächsten Wochen schon deutlich mehr punkten. Das ist unser klares Ziel. ist unser klares Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020